Der Bitcoin befindet sich an einem Scheideweg. Wir befinden uns jetzt seit über 14 Tagen in einer 5%igen Range. Jetzt so langsam kommen die Altcoins raus, Solana mit beträchtlichen Gains. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Geht jetzt die Rallye weiter? Kommt jetzt eine Altcoin-Season? Geht die Rallye zu Ende? Knickt alles zusammen? Und was ist mit dem ETF? Bringt der wirklich so viel Nachfrage oder wird es eher nüchtern ausfallen, so wie in Kanada? Weil dort gibt es nämlich schon einen Spot-ETF. Dazu ein paar interessante Infos. Und was ist eigentlich mit dem Makro-Crash? Gibt es da eine Gegenthese dafür? Könnten wir potenziell doch noch eine weiche Landung kriegen? Wir beschäftigen uns mit all diesen Themen. Allen voran natürlich, wie geht es weiter mit dem Bitcoin? Wie sieht die mittelfristige, kurzfristige als auch langfristige Situation aus? Hat sich da etwas geändert, obwohl sich der Kurs nicht wirklich geändert hat? Es gab schon sehr, sehr viele interessante Neuigkeiten. Und wie persönlich sehe ich das? Wie geht es weiter kurzfristig? All das in der heutigen Folge Crypto-News. Falls du auf dem Kanal bist, das gerne ein Abo. Da findest du alles rund um das Thema. Mit Kryptowährung, Makroökonomie als auch die Wirtschaft. Und dann würde ich sagen, let's do this. So Freunde, da bin ich zurück. Erst mal ein kleines Vorwort. Ich werde bald auf diesem YouTube-Kanal, hier auf YouTube, regelmäßig Livestreams machen. Warum? Weil ich möchte die Videos immer noch begrenzt halten zu dem, was wirklich relevant ist. Zusammengefasst und konzentriert in Videos, die einmal die Woche, wenn nicht sogar einmal alle zwei Wochen kommen. Abhängig davon, ob was Relevantes passiert oder nicht. Aber es gibt so viel im Crypto-Space zu berichten und es gibt so viel Content zu machen, weshalb ich mir jeden Tag oder vielleicht alle zwei Tage eine Stunde Zeit nehmen möchte, auf diesem Kanal zu Livestream. Macht euch darauf etwas gefasst. Ich werde die Schedule, also den Zeitplan dafür noch bekannt geben. Und ein kleines Update zu meiner Trading-Community Alpha Dojo. Das kommt, ist alles in Bearbeitung in ungefähr eins bis zwei Wochen. Aber es ist jetzt schon von Vorteil, falls ihr noch nicht über meinen BitGet-Link angemeldet seid, weil das ist das Einzige, was man brauchen wird, um hier beitreten zu können. Um Zugriff auf die Summaries zu kriegen, um Zugriff auf die Tools zu kriegen, auf die privaten Gruppen, wo wir uns austauschen werden, muss man einfach nur über meinen BitGet-Link angemeldet sein. So unterstützt ihr diesen Kanal, weil ein Teil der Gebühren an mich geht, statt an die Plattform. BitGet ist sowieso eine Top 5 Börse global vom Open Interest her, vom Volumen her. Deshalb denke ich, es ist win-win. Ihr kriegt einen Korb an Mehrwert hier in dieser Plattform und ihr müsst nur kostenfrei angemeldet sein. Plus es gibt Benefits für die, die länger angemeldet sind, für die, die aktiver handeln bereits schon, also jetzt schon anmelden. Lohnt sich auf jeden Fall, bevor die Plattform auch kommt. Ich würde sagen, dann fangen wir jetzt aber mal an mit dem Bitcoin. Was macht denn der Bitcoin aktuell? Das hier ist von meinem letzten Video, falls ihr euch noch erinnern könnt. Ich hoffe und ich sage es ganz klar, deutlich, ich hoffe, das geht so nicht auf. Ich hoffe, wir können hier nochmal höher laufen. Ich hoffe, das Momentum bleibt aufrecht. Das war die Zeichnung, die ich eingezeichnet hatte und dann ins Thumbnail gepackt hatte. In Sachen Prediction dahingehend, wie eine Korrektur aussehen könnte, wenn es zu einer Korrektur kommt. Das kann ich natürlich nicht vorhersehen, aber seitdem, der Bitcoin macht nichts. Seit zwei Wochen 5% seitwärts. Jetzt zeichnen hier manche höhere Hochs und tiefere Tiefs an. Ich sehe es die ganze Zeit auf Twitter. Behalte ich jetzt nicht wirklich für effektiv oder wirksam. Wir haben einen Anstieg in Open Interest. Der kommt, der geht. Dann sind es mal wieder hier Liquiditätsflasches, aber wirklich beachtlich ist hier nicht wirklich was passiert. Im Hintergrund im Markt ist aber so einiges passiert. Wir haben ja zuletzt den Livestream gehabt zum FOMC. Die FED hat weiterhin die Zinsen pausiert. Interessant ist, dass der S&P 500 jetzt seit dem letzten Video wieder eine kleine Rallye hingelegt hat. 5,3% in einer Woche. Interessant. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote jetzt auch mal wieder um einen 0,1%-Punkt angestiegen auf 3,9%. Da kommen wir aber sowieso später nochmal drauf zu sprechen. Kanada ist jetzt offiziell in einer technischen Rezession, weil sie dort wieder einen negativen BIP-Monat hatten. Also ihr seht sehr, sehr vermischte, teils positive, teils negative News. Die traditionellen Märkte sind aktuell am Rallyen. JP Morgan sagt selber, das ist nicht nachhaltig. Der Bitcoin, der liegt aber aktuell flach. Der Fokus scheint sich aktuell darauf zu richten, dass hier die Puste ausgeht. Das Momentum ist flach, aber bei den Altcoins ist das nicht der Fall. Bei den Altcoins haben wir tagtäglich neue Top-Performer. Aktuell ganz oben mit am Start Solana, jetzt auch schon seit mehreren Wochen. Danach auch überraschenderweise Coins wie BNB, Polkadot, Matic oder Atom. Wir haben viele Altcoins, die aktuell einen kleinen Run hinlegen. Ganz vorne mit dabei Solana war jetzt schon beim letzten Mal auch so. Überraschenderweise BNB, Polkadot, Matic, aber auch Coins wie Ripple oder Cardano sind jetzt am Start. Ist das jetzt die nächste Altcoin-Season? Sollte man jetzt Altcoins kaufen? Wenn man es noch nicht gemacht hat, sollte man jetzt darauf spekulieren. Das Interessante ist, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ist, dass es wirklich invertiert, hier hinterlegt mit Shitcoins-Dominanz oder Altcoins-Dominanz, invertiert mit der Bitcoin-Dominanz am Abfallen ist. Nichtsdestotrotz haben wir schon einen kleinen Anstieg in Interesse in Altcoins gehabt. Wir schauen uns das gleich nochmal im Detail an. Aber was passiert hier im Grunde genommen? Bitcoin geht hoch. Bitcoin geht dann auf ein Niveau hoch, wo es dann anfängt, sein Momentum zu verlieren, seitwärts sich zu bewegen, weil du einfach mehr Kapital brauchst, um den Bitcoin zu bewegen. Woraufhin die ganzen Spekulanten anfangen, dann in Altcoins zu investieren. Das Open Interest von Altcoins ist aktuell bei 35%. Die Dominanz dessen ist bei 8,36 Milliarden. Also es besteht auf jeden Fall aktuell sehr, sehr viel Spekulationsnachfrage um Altcoins. Und das, obwohl keiner weiß, ob überhaupt jetzt aktuell in diesem Zeitpunkt eine Altcoin-Season nachhaltig oder überhaupt denkbar wäre. Deswegen lass uns mal mit dieser Frage ein bisschen beschäftigen. Macht diese Altcoin-Rotation, die aktuell offensichtlich bereits stattfindet, in gewissen vereinzelten Coins Sinn. Und da gibt es zwei sehr, sehr interessante Charts, die man sich dazu anschauen kann. Der eine Chart hier ist Total 3. Das ist die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen außer Bitcoin und außer Ethereum. Und da habe ich jetzt nochmal USDT und USDC abgezogen, die größten Stablecoins, um zu sehen, der Gesamtkapitalzufluss im Sektor Altcoins. Wie sieht der aktuell aus? Und da sehen wir, wenn wir hier einfach mal reinzoomen, da sehen wir jetzt hier, dass ungefähr seit dem 23. Oktober auf jeden Fall ein Zufluss hier stattgefunden hat. Also nicht in Bitcoin, nicht in Stablecoins. Ungefähr 80 Milliarden Marktkapitalisierungsanstieg heißt natürlich nicht, dass 80 Milliarden hier reingeflossen sind. Das ist absolut hier nicht der Fall. Aber trotzdem, 78 Milliarden Dollar in Altcoins im Marktkapitalisierungsanstieg ist schon nicht nichts. Wichtig ist hier aber, und das habe ich ja in meinen vorherigen Videos gezeigt und gesagt, nicht zu excited, nicht zu aufregend werden, weil wir haben hier noch wirklich keinen relevanten Resistenzbereich durchbrochen, wo man sagen kann, hier ist jetzt wirklich ein Strom an neuem Kapitalzufluss. Wir sind hier mehrfach auf diesen Bereich gestoßen und befinden uns auch exakt an diesem Bereich, wo wir einen Ausbruch haben müssten, damit wir überhaupt in einen Bereich kommen können, wo man sagen kann, okay, hier ist Momentum am Start und hier kann es mal wirklich einen vernünftigen Zufluss, mal mindestens 80 Prozent, 200 Milliarden neues Kapital im Altcoin Markt geben, wo dann wirklich auch von einer Altcoin Season gesprochen werden kann. Wo wirklich jeder Shitcoin anfängt zu pumpen und da von diesem Ausbruch sind wir meiner Meinung nach mal mindestens noch 20 Prozent entfernt. Das heißt einfach, dass wir einen Ausbruch haben können nochmal in Richtung 20 Prozent bei den Altcoins, ohne dass es zwangsläufig bedeutet, jetzt ist Altcoin Season. Das heißt, ihr müsst vorsichtig sein, jetzt nicht in FOMO geraten, selbst wenn wir nochmal 20 Prozent hoch geraten, wenn wir hier dann abgelehnt werden und dann hier so ein Rollover stattfindet, dann ist es dasselbe Spiel, was bisher in jedem Bärenmarkt vorher passiert ist. Wir können hier einmal in die Vergangenheit scrollen, ich kann es euch einfach mal zeigen, hier 2019, ihr seht es, der Chart ist hier abgehackt, weil ich USDT und USDC hinzugefügt habe, wenn ich jetzt USDC entfernen würde, würdet ihr das nochmal besser sehen, kann ich auch gleich sowieso nochmal machen. Ihr seht, wir laufen hier auf diesen Bereich hoch, das ist der Bereich, der nach dem letzten Bullenmarkt als Resistenz gegolten hat, werden hier abgelehnt, fallen nochmal runter, laufen wieder hoch, werden dann hier im vorherigen Bereich sogar abgelehnt, das ist der Bereich, wo wir uns aktuell übrigens befinden, fallen dann wieder runter und dann laufen wir hoch. Und selbst wo der Bullenmarkt angefangen ist, kommt hier, bevor es in den Bullenmarkt geht, nochmal eine richtige Korrektur bei den Altcoins und die, die das jetzt hier unterschätzen, die denken, das ist ja gar nichts hier an Korrektur. Schaut mal, wenn ich hier das Lineal nehme, es sind 30 Prozent Korrektur, wenn wir das jetzt hier mal von diesem Bereich uns anschauen, wo wir uns aktuell befinden, wenn wir von hier eine 30-prozentige Korrektur, 30-prozentige Rejection kriegen, dann landen wir hier wieder im unteren Bereich. Angenommen, gut, wir haben jetzt ein Momentum aufgebaut, wir haben lang genug gewartet, wir schaffen es jetzt mit den Altcoins vielleicht nicht zwangsläufig in eine richtige Altcoin-Super-Rallye, sondern einfach nur in diesem oberen Bereich und werden dann hier rejected, dann sind auch hier nochmal 30 Prozent runter, auf jeden Fall schmerzvoll. Selbst wenn dann der Bullenmarkt losgeht und selbst wenn wir dann von hier in die eigentliche Altcoin-Rallye hier hochschießen. Diese Korrektur kommt, alles was hochgeht, muss wieder runterkommen, Isaac Newton, auch die Altcoins, deswegen habt ihr nicht zu viel FOMO, das ist für mich der Chart, den ich anschaue, um da konservativer zu bleiben, um nicht in zu viel Spekulation zu verfallen. Es gibt einen anderen Chart, der ein bisschen bullischer ist, aber auch noch nichts bestätigt hat und zwar ist das die gesamte Marktkapitalisierung, einschließlich Bitcoin, einschließlich Ethereum, einschließlich alle Altcoins und eben auch der Stablecoins und die ist hier in Verhältnis gesetzt durch M2SL, das ist die Geldmenge, einfach um zu verstehen mit dem Geldmengenwachstum und jetzt auch mit der Kontraktion der Geldmenge, wie viel Kapital ist eigentlich im gesamten Kryptomarkt, das was wir zumindest den Kryptomarkt bezeichnen. Und wir sehen, ich habe hier eine Linie gesetzt, das hier ist die Spitze des Bullenmarktes 2017, was ja hier als Resistenz, bevor unser letzter Bullenmarkt angefangen hat, gegolten hat, dann als Support gegolten hat und hier auch wieder als Support slash Resistenz und im letzten Aufstieg auch als Resistenzbereich mehrfach und es scheint so aktuell, als würden wir es schaffen, hier drüber auszubrechen. Zumindest hat sich das jetzt schon in der letzten Woche bestätigt und wenn wir jetzt aktuell nochmal eine Kerze drüber schreiten, eine Wochenkerze und dann vielleicht sogar nochmal eine Aufwärtsbewegung hinlegen, dann kann es auf jeden Fall sein, dass es hier nochmal höher geht. Deswegen, wir befinden uns auf jeden Fall, was Altcoins angeht, aktuell in einem Scheidepunkt. Das ist das, was ich hier signalisieren möchte. Ein Scheidepunkt, bei dem nochmal 20% Kapitalgain möglich ist, ohne dass zwangsläufig eine Altcoin-Season ausbricht. Aber die, die jetzt noch nicht investiert haben, werden dann, falls diese 20% kommen, sagen und denken, oh mein Gott, die Altcoins sind halt jetzt wirklich gestartet, werden dann anfangen, hier oben ihre Long-Position aufzumachen bei den ganzen Altcoins und dann verbrannt werden, wenn es wieder runter geht, weil sie einfach zu spät am Start sind. Deshalb, Leute, seid vorsichtig. Mit diesen Daten im Hinterkopf muss man dann jetzt für sich selber entscheiden, möchte ich jetzt noch auf diese 20%, die hier passieren könnten, was natürlich 20% im gesamten Markt heißt, mein Altcoin kann natürlich auch 50% noch ansteigen. Das muss aber für sich jeder selber wissen, ob er bereit ist, hier diese Spekulation auf sich zu nehmen, während der Markt sich bereits schon hoch bewegt hat und während die Liquidität immer noch nicht am Start ist. Das schauen wir uns sowieso nochmal gleich an, aber falls ihr daran interessiert seid, Altcoins zu traden, ich habe ein Tutorial dazu gemacht, wie ich Altcoins trade, ohne dass mein Kapital über ein Jahr lang, zwei Jahre lang, drei Jahre lang in einem Altcoin festsitzt, ohne Risiko. Schaut es euch an, ist hier verlinkt auf meinem YouTube-Kanal, das vorletzte Video oder auch in der Videobeschreibung. Ist ein wirklich sehr, sehr interessantes Video zu meiner persönlichen Strategie. Ich würde sagen, kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema und zwar besteht das Video aus zwei sehr, sehr interessanten eigentlichen Themen. Zum einen aus der Narrative, die ja aktuell besteht, Makro-Crash. Ich vertrete ja auch die Meinung, dass es noch einmal global zu einem Makro-Crash kommen wird und die Daten zeigen das. Wenn wir uns das anschauen, ich habe dazu getweetet, so langsam bröckelt die Fassade der US-Wirtschaft, denn die Arbeitslosenquote ist jetzt endlich, ohne jetzt hier negativ sprechen zu wollen, für die Menschen, die ihren Job verloren haben, aber die Arbeitslosenquote ist angestiegen, auch wenn es nur 0,1 Prozentpunkt in Realität ist. Wenn wir uns die Daten anschauen, das hat damit zusammenzuhängen, dass hier die Non-Farm-Employment-Change geringer und negativer ausgefallen ist als erwartet. Ihr seht hier die ganzen Arbeitslosen-Daten im Makro-Kalender, alles rot, 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 schlechter als erwartet. Und die Arbeitslosenquote ist das letzte Puzzlestück, was zwar im gleichen Moment passiert wie die anderen Puzzlestücke, aber auf das wir warten, um unsere These zu validieren, dass es eben zu diesem Makro-Crash kommen wird. Und da scheint die Fassade jetzt zu bröckeln, da ist die Arbeitslosenquote nämlich jetzt angesprungen. Wir wissen sowieso, für die, die diesen Kanal verfolgen, dass diese orangene Zahl, diese Arbeitslosenquote, jetzt ist die bei 3,9 Prozent, floated hier in diesem 3er-Prozent-Bereich, nicht wirklich aussagekräftig ist, wenn die Temporary Service Unemployment die ganze Zeit stetig am Steigen ist und auch in jeder vorherigen Rezession am Steigen war, bevor dann die orangene Zahl, die eigentliche große Zahl angestiegen ist. Ein anderer Faktor, der hier sehr, sehr alarmierend ist, the consumer is in trouble, personal interest payments sind bei 500 Milliarden Dollar, es war niemals so hoch in den letzten 60 Jahren. Ihr seht wie hier ein aggressiver Anstieg, das ist das, was persönlich an Zinsausgaben geleistet werden muss in Amerika und das, obwohl die Menschen kein Geld haben, obwohl wir in Kreditstraffung sind, deshalb bin ich der Meinung, angesichts der Tatsachen, die wir aktuell haben, ist das hier keine Hexerei, es ist keine Glaskugel, es ist einfach Wahrscheinlichkeitsanalyse, dass so ein Szenario passiert, aber jede Wahrscheinlichkeit hat auch eine Gegenwahrscheinlichkeit und deswegen, was ist die Gegenwahrscheinlichkeit? Und zwar die weiche Landung. Das, was die FED sagt, wir kriegen keine Rezession, es könnte sein, dass wir eine weiche Landung kriegen. Sie sagen zwar, dass wir keine Rezession kriegen oder dass sie keine Rezession sehen, aber sie sagen auch nicht, dass sie glauben, dass wir eine weiche Landung sehen. Denn die Menschen, die sagen, es wird zu keinem Crash kommen, sagen aber direkt, weil es ist der einzig andere logische Schluss, dass es eine weiche Landung geben wird. Und da gibt es einen Indikator, der hier ein Schlüsselindikator dafür ist, ob es eine weiche Landung geben wird oder nicht und das ist die Arbeitslosenquote, das ist die Beschäftigungsrate. Denn in einer Rezession, in der die Menschen nicht arbeitslos werden, gibt es keine Rezession. Selbst wenn der Liquiditätsfaktor gering ist, wenn es wenig Liquidität im Markt gibt und selbst wenn die Menschen weniger Geld ausgeben, solange sie ihre Jobs nicht verlieren, solange sie nicht auf der Straße landen, solange es allen Menschen einigermaßen gut geht, das heißt, ihre Grundbedürfnisse gedeckt werden, muss es nicht zwangsläufig zu einem rezessiven Crash kommen. Und dann geht es zwar den Menschen eine Zeit lang schlecht, aber da könnte man auch sagen, ging es ja bisher den Menschen. Und dann kommt die weiche Landung. Und hier haben wir eine Zahl, die dafür sehr, sehr interessant und relevant ist, und zwar die Non-Farm-Payrolls nach einer Zinskurveninversion. Die Zinskurveninversion, das ist dieser Punkt, der hier ja irgendwann erreicht ist, wo wir dann gesagt haben, dieser Punkt, wenn der erreicht ist, ist es unser Indikator dafür, dass eine Rezession kommt. Immer kam eine Rezession in den letzten 60 Jahren, wenn die Zinskurve invertiert wurde, mit einer Ausnahme, wo es dann eine weiche Landung gab und die schauen wir uns hier mal einmal an. Und zwar war das 1966. Da seht ihr, dass 1966 ab der Zinskurveninversion, das ist diese lila eine Linie, die Arbeitslosenquote auch abgefallen ist, ungefähr hier zwölf Monate davor bis elf, zehn Monate danach. Aber danach ist die Beschäftigung nicht mehr abgefallen, sondern die Beschäftigung ist angestiegen. Ich weiß nicht, ob ich gerade Arbeitslosenquote gesagt habe, aber ihr seht, die Beschäftigung ist dann nach ungefähr elf Monaten, nachdem die Zinskurve invertiert ist, 1966 wieder angestiegen. Und das ist das einzige Beispiel, das wir tatsächlich in der Geschichte auch haben, von einer weichen Landung. Alle anderen Rezessionen, und das ist diese graue Linie, sind so verlaufen, das sind alle Rezessionen hier zwischen 1968 bis 2020, mit ausgenommen, wie gesagt, dieser einen weichen Landung, dass wir hier uns seitwärts flach bewegt haben und dann ungefähr ab zehn, elf Monate nach der Zinskurveninversion ist die Beschäftigungsrate abgesackt und abgesackt und abgesackt. Und es wurde immer schlimmer, bis dann eben wirklich dieser rezessive Crash auch passiert ist. Und ich habe diesen Chart dazu gepostet und ich habe gesagt, dass wir uns an einem Scheideweg befinden, der sich in der Vergangenheit wiederholt hat, aber die Zeiten haben sich geändert. Aktuell sind unsere wirtschaftspolitischen Instrumente ausgereizt und die Weltwirtschaft ist durch vielfältige neue Herausforderungen geprägt. Und aktuell ist die Beschäftigungszahl noch im Positiven, aber meiner Meinung nach wird das Szenario einer weichen Landung immer unwahrscheinlicher und immer geringer. Nichtsdestotrotz befinden wir uns aber an einem Scheidepunkt, wo sich jetzt in diesem Monat, im nächsten Monat oder in den nächsten Monaten, weil da muss sich ja dann ein nachhaltiger Anstieg bewahrheiten, zeigen wird, ob dieses Traumszenario einer weichen Landung überhaupt möglich ist. Und der aktuelle Chart, der sieht übrigens so aus, wir haben nämlich einen Print mehr seit diesem Chart, den ich davor gezeigt habe. Da ging es nämlich leicht nach oben. Jetzt gab es einen Print nochmal leicht nach unten. Also es wird sich zeigen in den nächsten Monaten, ob die Wirtschaft hier ansteigen kann, ob die Wirtschaft dem ganzen Stand halten kann. Und meiner Meinung nach gibt es nur einen einzigen Faktor, der uns hier vor so einer harten Landung retten könnte. Und das ist relativ offensichtlich, es liegt auf der Hand. Es ist künstliche Intelligenz, denn damit wir keine harte Landung kriegen, brauchen wir einen Produktivitätsboost. Wir brauchen einen Sprung in Produktivität, der noch mehr Umsatz generiert, als das, was die Liquiditätsstraffung uns nimmt. Im Grunde genommen müsst ihr euch das so vorstellen, die Wirtschaft ist aktuell mit Schwimmflügeln im Wasser und die Schwimmflügel, die verlieren die ganze Zeit Luft, weil die FED Luft rausnimmt. Wenn jetzt aber die KI dazu springt und uns einen Motor unten anbaut, dann werden wir natürlich weiter schwimmen und es ist egal, wie viel Luft die FED aus den Schwimmflügeln nimmt. Aber aktuell ist es eben noch nicht so weit. Es zeigen sich aber Anzeichen, dass es vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn der FED es gelingen sollte, die Rezession rauszuzögern, das passieren könnte. Elon Musk beispielsweise sagt zu dem britischen Premier Rishi Sunak, dass KI ein Ende zur Arbeit setzen wird, dass die Menschen nicht mehr arbeiten gehen müssen. Und wir sehen aktuell die Entwicklung von KI, allen voran OpenAI, ChatGPT und GPT4 Turbo ist jetzt rausgekommen. Es gibt jetzt einen App-Marktplatz für GPT und Sam Altman, der Gründer von OpenAI, sagt, dass ihr gar nicht klatschen braucht, weil im nächsten Jahr kommen wir mit Dingen, die nochmal deutlich, deutlich gigantischer sind als das, was wir jetzt schon haben. Obwohl das jetzt schon absolut Wahnsinn ist. Auch Elon Musk selber ist da aktuell beteiligt mit seiner eigenen KI GROG. Die hat er angekündigt über XAI, die dann Zugriff auf die ganzen Twitter-Daten fürs Lernen der KI hat. Sehr interessant, was hier am Wettrennen aktuell passiert. Und ich betrachte das auch und ich sehe das tatsächlich als einzige Möglichkeit, was die Wirtschaft in dem Sinne retten kann, die Produktivität heben kann und verhindern, beziehungsweise ausgleichen kann, dass die Luft aus den Schwimmflügeln nimmt, dass wir hier noch einen Zusatzmotor quasi kriegen, der uns afloat, über dem Wasser hält. Sonst sehe ich es eher schwarz. Und für mich ist das immer noch das unwahrscheinliche Szenario. Für mich ist das ein sehr unwahrscheinlicher Szenario, dass es jetzt einfach nach oben geht. Alles ist gut. Die Arbeitslosenquote fällt jetzt nicht weiter an. Wir haben jetzt erst wieder die Zahlen bekommen, die negativ sind. Und vor allem die Inflation, die ist ja immer noch da. Und wir projizieren ja, dass die jetzt wieder nach oben gehen wird. Wir waren, bekommen wir die Inflationsdaten. Das ist nämlich jetzt hier mittelfristig, kurzfristig das interessanteste. Der nächste Datum am 14. November. Gut, ist jetzt noch eine Woche. Wenn dann die Inflationsdaten nochmal deutlich schlechter rauskommen als erwartet und wir hier vielleicht sogar über 4 Prozent, wenn nicht sogar 4,5, 4,7 Prozent springen sollten, das wäre natürlich katastrophal, weil dann ganz viele im Markt wieder bemerken würden, oh, die Inflation ist nicht bekämpft, die FED wird jetzt nicht die Zinsen senken, so wie wir es erwarten, die Pause ist nicht vorbei, vielleicht werden sie sogar nochmal anheben und das würde natürlich dann der letzte Stoß nach unten hin für die Wirtschaft sein. Aber man muss es ja nicht komplett abschreiben und man kann ja auch in der Illusion leben, dass ein Spot ETF, selbst wenn wir einen Wirtschaftscrash kriegen sollten global, die Bitcoin-Nachfrage sowas von nach oben pushen wird, dass der Bitcoin und die ganzen Kryptowährungen trotzdem noch umgehen. Ich halte das für eine Illusion. Ich sage es ja immer wieder, solange wir uns in einer liquiditätsstraffenden Umgebung Geld politisch befinden, wird auch ein Spot ETF nichts daran ändern. Es wird ein Buy-the-Rumor-Sell-the-News-Event sein. All dieses Geschwafel aktuell mit 15 Trillionen Dollar in Assets und BlackRock und so weiter und die kommen dann und das Geld wird dort reinfließen. Einfach mal ein rationaler, logischer Vergleich. Schauen wir rüber nach Kanada, das Land neben Amerika, wo auch viele Menschen leben. Kanada ist auch ein Teil der Top 10 Länder global. Nach BIP, also ein wirtschaftsstarkes Land, nicht irgendwo El Salvador, die haben nämlich schon ein Spot Bitcoin ETF. Und wie viel befindet sich in dem Spot Bitcoin ETF? Naja, nicht wirklich viel und es kommt auch nicht wirklich viel Geld dazu. Also die Institutionen, von denen wir immer sprechen, die sind irgendwie am fehlen und warum soll sich da etwas ändern? Die Liquiditätslage ist, wie sie aktuell ist. Es besteht aktuell global nicht wirklich viel Risikointeresse. Warum soll sich das dann plötzlich mit der Zulassung eines ETFs ändern, wenn Institutionen und auch größere Anleger aktuell eh schon die Möglichkeit haben, über Coinbase, über die ganzen Market Maker Firmen, Jump Trading und so weiter, direkt in den Kryptomarkt zu onboarden? Es ist nicht mehr 2009, dass es unmöglich ist, oder 2010, sondern es gibt schon viele sehr, sehr sophisticated Wege. Ich weiß, dass die These und Narrative ist, dass BlackRock dann anfangen wird, an ihre Institution, also die Institutionen mit dem BlackRock zusammenarbeiten, diesen Spot ETF zu verkaufen, weil sie Interesse und ihre Intentionen dahinter liegen. Aber sie werden ihren Kunden nichts verkaufen können, wenn sie selber wissen, dass ein Makrowirtschaftscrash trotzdem nochmal passieren wird. Und dieser wird, wenn er passieren sollte, wenn diese harte Landung kommt, so etwas wie dieser Covid-Crash oder 2008, 2000, wo keiner aber aktuell weiß, wann er kommen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er kommen wird. Ich gehe davon aus, dass er im April, Mai 2024 passieren wird. Aber wenn er passieren sollte, wird es natürlich den Bitcoin auch mit runterziehen. Ganz einfach, ganz simpel, wenn wir uns mal diesen Chart hier einfach nehmen, zum Vergleich, Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen und hier einen Blick zurückwerfen, egal wie hoch wir laufen. Wenn am Ende des Tages dann so ein Ereignis kommt, wo wir wirklich ein Black Swan Event haben, Makrowirtschaftskollaps, das weiß ich nicht, das Ganze könnte durch einen Domino-Effekt von beispielsweise Commercial Real Estate in Amerika passieren. Da ist ja gerade aktuell eine sehr, sehr krasse Krise an den Wertbeständen dieser Kredite für Commercial Real Estate, weil die keiner mehr haben will. Und so ein Crash passiert, dann wird dasselbe hier beim Bitcoin auch passieren. Die Frage ist dann eben nur, ist der Spot-ETF schon draußen? Wie hoch ist das Momentum bis dahin? Wenn er noch nicht draußen ist, haben wir natürlich noch sehr, sehr viel Momentum und FOMO. Wenn der Spot-ETF irgendwann rauskommt und dieser Crash ist noch nicht passiert, dann kann ich mir vorstellen, dass wir dann bis zum Spot-ETF, was ja aktuell ungefähr im Januar 2024 passieren wird, eben noch einen Anstieg sehen. Dann wird sich das Ganze so ein bisschen abflachen und wenn dann der Crash kommt, dann geht es halt noch mal runter. Und das muss man einfach realistisch so verstehen. Nichtsdestotrotz, wir reiten die Welle auch und es gibt Gründe, aktuell kurzfristig bullisch zu sein. Zum Beispiel ein Grund ist, es sieht aktuell so aus, als würde wieder ein bisschen mehr Liquidität dazukommen. Auch wenn es wenig ist, wenn wir uns das Ganze anschauen, unsere Stablecoins, alle Marktkapitärsierung 1,8 Milliarden Dollar seit dem Bottom dazugekommen. November ist einer der besten Monate für Bitcoin, saisonell einfach. Das ist einfach ein Monat, in dem bisher immer, fast immer, die meisten Gains beim Bitcoin da waren mit einer Durchschnittsrendite von plus 40%. Das könnte sich eben saisonell bedingt wiederholen, muss aber natürlich nicht sein. Aber um mal hier auch ein paar positive Punkte zu nennen, der Dollarindex ist aktuell am Abschwachen. Das wäre ein guter Nährboden für eine Rallye beim Bitcoin. Wenn der Dollar schwach ist, ist ja selbstverständlich. Und es gibt aktuell ein Phänomen am Optionsmarkt, was aktuell auch noch mal den Bitcoin befeuern könnte, Short Gamma, hört ihr wahrscheinlich viele Leute darüber sprechen. Ich glaube, dass das keinen so großen Impact aktuell hat. Aber wie das Ganze funktioniert ist, wenn Investoren Bitcoin Optionen kaufen, die aktuell immer mehr Volumen und mehr Volumen haben, müssen die Market Maker zur Absicherung der Gegenseite eben auch eine Position einnehmen und müssen dadurch eben Spot-Markt-Bitcoins kaufen, um sich zu hatchen, um sich auszusichern. Und je mehr Call-Positionen gekauft werden, desto mehr Bitcoins müssen die Market Maker dann nachkaufen. Wenn dann eben ganz viele Call-Positionen gekauft werden, entsteht ein sogenanntes Short Gamma, wodurch dann ein Gamma-Squeeze entsteht. Ich weiß, ganz viele sehr, sehr komplizierte Begriffe, aber das eigentlich Relevante ist, umso höher die Preise gehen, umso mehr Call-Positionen, umso mehr müssen die Market Maker sich dagegen absichern, die Gegenseite einnehmen, was dazu führen kann, dass noch mehr höhere Preise kommen. Das Ganze wird erst relevant ab ungefähr 35.700, 36.000 Dollar. Dann ist jede 1%-Bewegung theoretisch noch mal 20 Millionen Dollar in Spot-Bitcoin. Natürlich, wenn dann noch mehr Verkaufsnachfahre kommt, ist das irrelevant, ist aber ein kleiner positiver Faktor aktuell. Und ein Faktor, den ich, naja, eher ein bisschen belächle, aber man muss ihn trotzdem erwähnen. Wir haben einen Abtick in neuen Adressen beim Bitcoin. 700.000, das hat historisch bedingt immer etwas Positives bedeutet und neuen Kapitalzufluss bedeutet, wobei ich immer noch aktuell skeptisch gegenüber dem neuen Kapitalzufluss bin. Da muss einfach mehr Liquidität dazukommen. Der Bullenmarkt 2020, wie da die Liquidität, die Stablecoins reinkommen, das sah natürlich ganz, ganz anders aus. Und da war auch die Zinspolitik eine ganz andere, das Marktumfeld war eine ganz andere. Angesichts der aktuell schwierigen Situationen muss man aber sagen, die Flows von den Institutionen, dass die positiv sind, das bringt doch einen Lichtfaktor, ein bisschen Positivität zu uns und gibt uns ein bisschen Hoffnung, dass sich das Ganze hier noch mal weiter nach oben extenden kann. Und viele haben das falsch verstanden, weshalb ich auch sagen würde, kommen wir zu meiner persönlichen Kursprognose. Ich habe den Markt nicht geshortet. Für mich ist der Shorten, das habe ich auch im letzten Video erst gesagt, überhaupt, wenn überhaupt, in diesem 32.000er Bereich sinnvoll. Bis dahin lasse ich meinen Long laufen, den ich jetzt schon seit 28.300 Dollar laufen lassen habe, weil das Momentum aktuell, auch wenn es sich leicht am Bröckeln ist, immer noch im positiven Rahmen befindet. Wir sehen auf dem Daily Chart, auf den ganzen Momentumindikatoren, sind wir aktuell auch an einem Scheidepunkt. Ich habe es hier mit so einer vertikalen Linie markiert und wo es das letzte Mal so ähnlich aussah, wo das Momentum sehr, sehr positiv war, dann leicht abgeflacht. Ihr seht es auf jedem einzelnen Indikator hier, wie es aktuell leicht am Abflachen ist. Das heißt nicht, dass genau so ein Szenario passiert. Wenn wir jetzt hier nochmal wieder Momentum kriegen, geht es nochmal weiter höher, aber man muss hier eben trotzdem Vorsicht bewahren. Es kann auch so ein Szenario sein, wo wir tatsächlich so eine Korrektur sehen, die auch nicht ganz ohne ist. Wenn wir hier mal schauen, Korrektur 22%, da ist ja das hier noch mild dagegen über diese 15%, die ich hier eingezeichnet habe und es dann eben wieder weitergeht mit einem Lag nochmal höher. Aber es kann auch sein, dass wir diese Korrektur nicht bekommen und dass wir erstmal nochmal ein Lag nach oben sehen. Man muss aber an dieser Stelle ganz klar sagen, ganz, ganz kurzfristig sieht es eher so aus, als würden wir hier nochmal die Liquidität im 34.000er Bereich abgreifen, weil einfach, ich habe es euch ja gerade schon gezeigt, hier seit 14 Tagen haben wir gar nichts, keine Preisbewegung, seitwärts ab und zu mal Liquidation, hier 300 Millionen hoch, 300 Millionen runter, jetzt gerade auch wieder 300 Millionen, an Marktkapitalisierung hoch, 300 Millionen runter. Also reines Gambling. Funding ist dauerhaft positiv, also mich würde es nicht wundern, selbst wenn die Bewegung Richtung 37.000, 36.000 kommt, dass wir hier nochmal vorher die Liquidität kurz bei 33.800 abgreifen. Ich würde keine Panik kriegen, sofern ich würde wahrscheinlich hier dann beobachten, sofern hier Momentum sich wieder aufbaut, würde ich hier wahrscheinlich sogar noch zu meinem Long hinzufügen. Weil ich weiterhin in einem Long bleibe, für mich ist die Invalidation, wie ich es bereits schon erwähnt habe, für meinen Swing Long, wenn überhaupt erst in diesem 32.000er Bereich, wenn wir diesen Bereich hier verlieren und konfirmen, so wie ich es hier eingezeichnet habe, dann würde ich hier zu diesem Zeitpunkt die Short-Position eröffnen, habe ich aber sowieso noch nicht die genauen Konditionen für gefasst, weil ich die Situation dann im Zweifelsfall selber betrachten muss. Da kommt eben auch Erfahrung rein, das muss sowieso am Ende des Tages jeder für sich selber entscheiden. Aber es kann natürlich auch sein, Worst Case, wir laufen hier hoch, ähnlich wie hier, schaut euch mal diese Situation hier an, da sind wir hochgelaufen, Wig, hochgelaufen, zweites Mal, Wig, runter und dann hochgelaufen, höher als davor, wo dann alle dachten, okay, jetzt kommt aber der Breakout, jetzt geht es aber hoch, hochgelaufen, hochgelaufen, Breakout nach oben, 36.400, alle sagen, jetzt kommt der Gamma Squeeze und weiß ich nicht, sonst was und dann geht es runter. Das kann natürlich auch passieren, dass wir dann hier so einen Seitwärts-Slide sehen, dann merken die Leute, Liquidität ist nicht da und dann geht es runter. Selbst das wäre ja in diesem Fall, wenn wir so eine Korrektur sehen würden, einfach nur eine Korrektur, die nach einem Anstieg, so wie wir ihn jetzt hier gesehen haben, einfach etwas Normales wäre, 44% Anstieg ohne Korrektur. Bitcoin geht nicht in einer geraden Linie nach oben, ich habe es euch im letzten Video gesagt. Deswegen seid nicht überrascht, wenn wir ein bisschen Liquidität unten abgreifen, ansonsten mein Long Bias bleibt weiterhin bestehen, mittelfristig, langfristig, aktuell immer noch bärisch in Sachen Makro-Crash einfach. Ich bin einfach sehr vorsichtig, ich bin auch nicht zu 100% deployed, aber falls so ein Soft-Landing-Szenario passieren sollte und da wäre das Erste, was dafür passieren müsste, auf jeden Fall erstmal, um da jetzt mal spezifischer sogar noch zu sprechen. Das hier, eine Invalidation in unserer Kernthese zur Inflation, das heißt, wenn es hier nicht nach oben geht mit der Inflation im nächsten Monat, was wir schon sieben Tagen haben, sondern es geht nach unten, angenommen jetzt diese Rate hier geht von 3,7% auf 3,4% oder 3,2%, dann muss man sich wirklich Gedanken machen, wenn dann die Arbeitslosenquoten im nächsten Monat auch nochmal runterfallen, diese These einer harten Landung. Wahrscheinlich erstmal beiseite zu legen, weil sich dann die Wahrscheinlichkeiten einfach ändern. Es ist datenbasiert, wir schauen uns die Daten an und reagieren entsprechend der Daten und basieren dann darauf unsere Entscheidungen. Ganz simpel und wir traden nicht gegen den Trend. Das ist hier nochmal meine Empfehlung an jeden, nicht gegen den Trend traden. Ich habe jetzt persönlich auch viele Altcoins mitgetradet in den letzten zwei Wochen. Ich sehe auch so ein bisschen das Momentum aktuell flöten gehen, aber der Trend ist und das Momentum ist aktuell immer noch positiv. Deswegen bleiben wir gespannt, schauen weiter, was passiert und vor allem bleiben wir vorsichtig. Das war es von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Die Videos sind 100% kostenfrei. Es fließt wirklich viel Arbeit in diese Videos und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace!